Der FC Bayern schnappt sich über einstimmenden Medienberichten von Fabrizio Romano, Sky und der Bild zufolge Brian Zaragoza vom FC Granada. Der 22-jährige Flügelstürmer, der in der laufenden Saison in 14 Spielen 5 Tore und 2 Assists beisteuern konnte, wird sich dem Bayern allerdings erst im kommenden Sommer anschließen. Möglich macht das Ganze eine in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel über 15 Millionen Euro. Laut Sky und der Bild ist dieser Transfer übrigens auch schon fix und er hat vor einigen Tagen bis 2028 unterschrieben. Erwähnenswert wäre, dass man mit diesem Transfer RB Leipzig aussticht, die ebenfalls vorhatten, die Ausstiegsklausel zu ziehen, aber nicht den Zuschlag erhalten haben. Standaufnahme ist der Deal aber noch nicht offiziell von Seiten der Bayern bestätigt. Das heißt, dass das Ganze natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht unter Vorbehalt zu genießen ist. Allerdings kann man davon ausgehen, dass wenn übereinstimmt berichtet wird und Fabrizio Romano zu den Quellen dazu gehört, dass das Ganze auch sehr wahrscheinlich genauso passieren wird. Möglicherweise dauert es auch gar nicht lange, bis das Ganze offiziell gemacht wird, aber da warten wir mal ab. Ich sage nur Konrad Leimer, dessen frühzeitige Verpflichtung erst Monate später bekannt gegeben wurde. So, jetzt sprechen wir aber natürlich auch nochmal über die Fähigkeiten von Brian Zaragoza und fragen uns, ob er denn tatsächlich auch eine ernsthafte Verstärkung für den deutschen Rekordmeister werden kann. Was Zaragoza auf jeden Fall schon mal mitbringt, ist ein explosiver Antritt. Er ist technisch auf einem sehr hohen Niveau ausgebildet, hervorragende Ballkontrolle, macht gerne Gebrauch von Körpertäuschungen, welche den ein oder anderen Gegner das ein oder andere Mal dazu verleiten, ihn mit einem Foul zu stoppen. Denn wenn er durchkommt, zieht er gerne das Tempo nochmal an und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert. Er kann gefährliche Angriffe einleiten, bringt einiges an Torgefahr mit, hat eine spannende Schusstechnik und seine Flanken sind auch nicht die allerschlechtesten. Außerdem ist er flexibel auf beiden Flügelpositionen einsetzbar, sowie auch auf der 10. Schaut euch übrigens mal seine beiden Tore gegen Barca an, aus der laufenden Saison. Also der Junge hat wirklich richtig was drauf. Im Großen und Ganzen sprechen wir hier von einem Profil, welches dem FC Bayern definitiv gut zu Gesicht stehen würde, bzw. wird. Dazu ist er mit seinen 22 Jahren in einem entwicklungsfähigen Alter, sodass die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gering ist, dass man hier mit den 15 Millionen, die man investiert, ein echtes Schnäppchen landet. Ich finde auch, dass man hier zum perfekten Zeitpunkt zuschlägt. Er spielt gerade seine zweite Profisaison bei Granada, startet in der laufenden Saison richtig durch. Die Ausstiegsklausel ist für einen Spieler mit diesem Potenzial überschaubar. Wahrscheinlich wird er am Ende der Saison, wenn er denn so weitermacht, mindestens mal doppelt so viel wert sein. Gerade wenn man bedenkt, wie sich der Markt im Weltfußball entwickelt. Aus diesem Grund, von meiner Seite, sollte denn da jetzt wirklich nichts mehr dazwischen kommen, Glückwunsch an die Bayern. Ich glaube, mit dem wird man noch richtig Spaß haben. Spannend wird sein, ob das gleichzeitig auch bedeutet, dass in der kommenden Transferperiode ein Flügelspieler die Bayern im Gegenzug verlassen wird. Leroy Sané lässt sich bekanntlich noch Zeit mit seiner Verlängerung und man weiß auch nicht, ob er selbst nochmal vielleicht den Verein wechseln möchte. Serge Gnabry steht immer wieder in der Kritik. Mal sehen, was da noch so passieren wird. Wir behalten die Situation natürlich weiter im Auge. Kommen wir jetzt zu einem richtig spannenden Gerücht, welches sich auf Borussia Dortmund bezieht. Und zwar soll laut dem niederländischen Portal www.wirtballkrant.com der BVB Interesse an Johan Bakayoko von der PSW Eindhoven haben, der laut dem Bericht als möglicher Kandidat auf die Nachfolge von Daniel Mahlen gilt. Wie wir in den letzten Tagen erfahren haben, hat Daniel Mahlen seine Berateragentur gewechselt und es gibt immer mehr Quellen, die berichten, dass er den BVB verlassen möchte. Und wohl auch darf insofern denn ein passendes Angebot eintrifft. Selbstverständlich wird der BVB dann aber im Gegenzug Ersatz brauchen und da finde ich persönlich den Namen Johan Bakayoko gar nicht mal so uninteressant. Der 20-jährige Belgier, der seit 2023 auch bei der A-Nationalmannschaft mit dabei ist, wo er in neuen Partien auch bereits drei Torbeteiligungen gesammelt hat. In der aktuellen Saison für PSW bringt er es übrigens auf 17 Scorer in Form von vier Toren und 13 Vorlagen in 24 Pflichtspielen. Bakayoko ist schnell, dribbelstark, hat technisch richtig was auf den Kasten, beweglicher Spieler, verfügt über eine enorme Torgefahr, kann Schlüsselpässe spielen, lässt reihenweise seine Gegenspieler stehen. Ein großes Potenzial, vermeintlich einer mit einem sehr hohen Weiterverkaufswert, ein Transfer, der zur ursprünglichen Transferpolitik richtig gut passen würde. Generell ist das hier ein Spielertyp, den sich der BVB gefühlt holen muss, unabhängig davon, ob das jetzt tatsächlich Bakayoko oder ein anderer wird. Aber von diesem Profil hat Borussia Dortmund viel zu wenig im Kader. Spannend finde ich außerdem, dass er im Gegensatz zu Mahlen ein gelernter Flügelstürmer wäre, der darüber hinaus sehr gut darin ist, starke Vorlagen zu geben. Das ist etwas, was dem BVB aktuell meiner Meinung nach auf außen so ein bisschen fehlt. Denn sowohl Adeyemi als auch Mahlen, die ja eigentlich auch Stürmer für eine Doppelspitze sind, sind eher Spielertypen, die selbst den Abschluss suchen wollen. Problematisch ist allerdings, dass Bakayoko in dieser Saison durch die Decke geht. Sein Marktwert, der gerade bei 25 Millionen Euro liegt, geht tendenziell immer weiter nach oben. Er hat Vertrag bis 2026 und bei der aktuellen finanziellen Lage des BVB sprechen wir hier schon von einem sehr schwer zu stemmenden Transfer. Aber bei einem Abgang von Daniel Mahlen vielleicht ein nicht unmöglicher. Wie so oft geht jetzt einfach weiter die Lage zu beobachten. Er wird nicht der letzte sein, über den wir hier diskutieren werden, aber zum Start ist das, wie ich finde, ein richtig spannender Name. Und einen weiteren Namen, was die Suche nach einem Stürmer für Eintracht Frankfurt angeht, gibt es übrigens auch noch. Und zwar ist die Rede von Jean-Philippe Mateta. Die Sportbild bringt den 26-jährigen Ex-Mainzer mit der SGE in Verbindung und berichtet, dass er wohl einer der Kandidaten sein soll, die man im Blick hat. Das Ablösepaket würde dem Vernehmen nach bei 10 Millionen Euro liegen und ich sag mal so, das Profil von Mateta würde passen. Er wäre grundsätzlich der klassische Strafraumstürmer. Aber seit seinem Wechsel in die Premier League hat er bei Crystal Palace nicht wirklich was gerissen. Während er bei Mainz noch mit 24 Toren und 5 Vorlagen in 67 Bundesligaspielen eine sehr solide Quote aufweisen konnte, lieferte er in 69 Premier League Einsätzen gerade einmal 8 Tore und 4 Vorlagen. Und ich weiß nicht, ob man sich da jetzt einen gescheiterten Spieler an Land ziehen sollte. Ja, er hat natürlich nachgewiesen, dass er es in der Bundesliga kann, aber was machst du, wenn er weiter wie bei Palace performt? Außerdem ist davon auszugehen, dass er einer der Topverdiener werden würde. Weiter verkaufswert, auch wenn man nicht nur darauf schauen sollte. Der ist auch überschaubar. Mir persönlich wäre das Paket insgesamt einfach nicht attraktiv genug für Eintracht Frankfurt, wo ich mir nach wie vor ganz klar einen Stimmer wünschen würde, der sich nicht in einem Formloch befindet. Ich meine, bei den fetten Einnahmen, die man aus dem letzten Sommer hat, hat man das auch nicht nötig. Aus diesem Grund gehe ich auch davon aus, dass diese Geschichte nur unwahrscheinlich konkret werden wird. Es sei denn, es wäre irgendwie möglich eine Leier einzufädeln. Mit Kaufoption, wichtig, keine Kaufpflicht, sodass man sich Mateta bis zum Sommer anschauen kann, um danach dann zu entscheiden, ob man ihn oder doch jemand anderen fest verpflichtet. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Transfers im Winter gerne auch mal richtig teuer werden können, weswegen eine vorübergehende Alternativlösung interessant sein kann. Plan B, falls aus irgendeinen Gründen nichts anderes geht. Naja, das war es an der Stelle mit dem Transfer-Update. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreibt auch gerne eure Meinung zu den Gerüchten in die Kommentare und ansonsten, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.